Hallo ihr Lieben! Mal wieder ein Detox-Rezept von mir. Wer mich kennt, weiß, dass mir meine Gesundheit sehr wichtig ist und Gesundheit ist Eigenverantwortung. Nicht erst seit 2020, sondern es ist mir schon etwas länger wichtig. Und dazu gehört, zum gesund bleiben gehört, Immunsystem. Wie stärke ich mein Immunsystem? Ja, wer kennt die Ingwerwurzel und es gibt nichts besseres als ein Ingwer-Shot. Das heißt hochkonzentrierter Ingwer in einer kleinen Menge und das kann man super selber machen. Und zwar nehme ich Ingwer, ich habe hier frische Aloe Vera ein bisschen drin, Minze, deswegen ist es ein bisschen grün, noch ein oder zwei Tropfen Zitrone und damit es schmeckt, weil der Ingwer ist sehr scharf, mache ich noch einen ganz tollen Honig rein, den ich hier vor Ort von einer Imkerin habe. Und ja, Gesundheit darf auch schmecken und deswegen ist das mein Rezept für den Ingwer-Shot und ich sage euch eins, es ist so mega lecker und Gesundheit darf lecker sein. Die Zutaten, halber Liter gefiltertes Wasser, frische Ingwer-Daumgroß, frische Minze oder zwei Tropfen ätherisches Öl, frische Bio-Zitrone oder zwei Tropfen ätherisches Öl, eine frische Aloe Vera, circa 6 x 6 cm und ein bis zwei Teelöffel Bio-Honig. Also viel Spaß beim Nachmachen. Bleibt gesund. Bis dann.